Aber es geht nicht darum, euch wie ein Drogendealer Heroin-Tipps zu liefern. Es geht wirklich darum, euch mitzuteilen, wie das Spiel läuft und wie ihr es lernen könnt und meistern könnt. Und letztlich ist es mindestens viel wichtiger, dass ihr diese Zeit durchsteht mit einer inneren Stabilität, einer inneren positiven Ausrichtung, dann habt ihr beste Chancen, das auch im Äußeren zu tun mit eurem Vermögen. Alles Gute!